Können wir es schaffen, 24 Stunden im dichten Nebel zu überleben? Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder etwas Besonderes und zwar spielen wir heute wieder nicht GTA 5, sondern Genshin Impact. Leute, das Ganze habe ich euch auf meinem Kanal schon etwas öfter gezeigt. Leute, die letzten Monate kamen dazu natürlich Videos. Und heute werde ich euch mir wieder vorstellen, was alles neu in Genshin Impact hinzugekommen ist. Denn Leute, jetzt sind wir mittlerweile in Version 2.5 angekommen. Und es ist einfach unfassbar, wie viel neuer Content jeden einzelnen Monat in dieses Spiel hinzufügen wird. Genshin Impact ist ein kostenloses Open-World-Spiel, das ihr für Playstation 5, Playstation 4, PC, Android und iOS spielen könnt. Das Spiel ist Crossplay und ebenfalls auch Cross-Safe. Das heißt, ihr könnt das Spiel auf allen möglichen Konsolen spielen und auch online mit euren Freunden spielen. Mit denen ihr die Region Teyvat besucht. Diese besteht aus sieben größeren Regionen, darunter aktuell drei Regionen, die verfügbar sind. Zum Beispiel Mondstadt, Liyue und auch Inazuma. Als Reisender seid ihr in diese Welt gekommen auf der Suche nach eurer zweiten Geschwisterhälfte, die nämlich verschwunden ist. Und in dem Spiel erwartet euch eine spannende Story, die erklärt, wo sie ist und wie ihr sie vielleicht finden könnt. Es erwartet euch eine riesige Open-World von Schley-Landschaften bis hin zu allem möglichen, wie zum Beispiel große Gebirgsketten, schöne Küstenstädte, Inselstaaten, Untergrundgebiete und auch ganz viele neue Gebiete, die bisher noch nicht rausgekommen sind. Außerdem ist auch den Game Awards Genshin Impact das beste Mobile Game 2021 geworden. Das Prinzip des Spiels ist ganz einfach, Leute. Es ist nämlich ein Gacha-Spiel, wo ihr verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Elementenfähigkeiten habt. Und diese könnt ihr geschickt nutzen und ständig zwischen diesen Charakteren, wie ihr hier sehen könnt, Leute, switchen. Mein Lieblingscharakter ist natürlich, Leute, momentan Huthau. Weil ich buff die gerade, Leute, wirklich, dass sie die stärkste Charakterin wird, die Single Damage machen kann gegen einen einzigen Gegner. Also wirklich, der Schaden, den sie macht, ist einfach nicht mehr normal. Und damit ich euch das demonstrieren kann, schauen wir uns das Ganze mal an, Leute. Denn wir haben hier auf der Minimap, wie ihr oben links sehen könnt, eine Art Kopfgeldjagd. Und das bedeutet, dass wir große Monster besiegen müssen. Und das machen wir jetzt als allererstes mal, Leute. Wir haben nämlich zehn Minuten Zeit, dieses Monster da hinten zu besiegen. Aber ich denke, das wird kein Problem für uns sein, Leute. Jetzt zeige ich euch mal, wie man die Elemente sehr, sehr gut kombiniert. Wir nutzen nämlich zu Beginn, Leute, Fischl, das ist ein Elektrocharakter. Mit der machen wir erstmal quasi so einen Rabenbeschwörn, der erstmal ein bisschen Strom macht. Der ist allerdings immun dagegen. Das bedeutet, Leute, wir machen natürlich noch Wasser dagegen. Das heißt, jetzt ist er unter Strom. Jetzt machen wir die Ulti von ihr, was Wasserschwerter sorgt. Ja, das dazu führt, dass der Charakter nass ist. Und jetzt, Leute, Huthau macht auf jeden Fall jetzt ihren Job fertig. Und macht den komplett finischen mit Pyro-Attacken. Und, oh boy, Leute, der nimmt auf jeden Fall Schaden. Ey, der ist schon halb down. Der ist einfach schon halb down. Okay, so, jetzt mal die nächste Rotation. Wieder switchen. Und let's go, Leute. So, Ulti aktiviert. Und Huthau macht deinen Rest. Jetzt machen wir den fertig. Jetzt wird er keine Chance haben. So, und zack, zack, das war's. Let's go, Leute. Und da kassieren wir erstmal schön unsere Belohnung und unsere Ansehensbelohnung im Start Inazuma. Falls euch das Spiel bis jetzt gefällt, Leute, könnt ihr natürlich das Spiel kostenlos über den Link in der Beschreibung herunterladen. Dadurch supportet ihr mich. Und, Leute, ich sag's euch, diese Primo-Gems sind etwas, was ihr auf jeden Fall haben wollt, wenn ihr gute Charaktere ziehen wollt. Denn da gibt es immer wieder regelmäßig Charakter-Banner, wo ihr neue Charaktere erhalten könnt. Aktuell ist in Version 2.5 der neue Charakter, Yaimiko, her hinzugefügt worden. Das ist ein 5-Sterne-Elektro-Charakter. Ich persönlich werde diesen Charakter jetzt nicht pullen, weil ich warte auf den nächsten Charakter. Denn nämlich, Leute, wie ihr unten links sehen könnt, in 12 Tagen läuft der Timer ab. Das heißt, dann kommt ein neuer Charakter raus. Und zwar der Charakter Raiden Shogun. Und ich wollte schon immer diese haben, weil die ist ein super Support-Charakter, die auch sehr, sehr viel Damage dealen kann. So, jetzt würde ich sagen, machen wir allerdings etwas, was komplett Neues, Leute. Denn ich bin schon sehr, sehr weit in diesem Spiel fortgeschritten. Und was ich auch echt sagen muss, Leute, die Grafik in dem Spiel ist bis heute, ich komme einfach nicht drauf klar, Leute. Das Spiel läuft bei mir auf PlayStation 5 in 4K 60 FPS. Und es sieht so detailliert aus, Leute. Hat so einen ganz charakteristischen, ja, Anime-Stil, würde ich sagen. Mit so ein paar Outlines an den Charakteren. Aber ich meine, Leute, alles ist liebevoll Designed. Ihr könnt diese gesamte Welt komplett Open World erkunden. Und hier gibt es irgendwelche Schatzjäger, ne? Wollt ihr Stress? Ah, ich mache dich jetzt mal fertig. So, zack, zack. Und let's go. Du willst auch noch Stress? Okay, dich mache ich fertig. Dein Kollege da hinten hat auch Stress, nicht wahr? So, let's go. Einfach mal gefinished mit 39.000 Damage. Ach so, und der ist auch noch hier. Ja gut, dann komm. Das machen wir auch noch kurz fertig. Zack, zack, zack. Let's go. Ich habe euch aber erwähnt, dass wir heute eine 24-Stunden-Challenge machen, Leute. Und zwar in einem neuen Gebiet. Und zwar gibt es das sogenannte Gebiet Enka-Neumir. Das kam nämlich in Version 2.4 heraus. Ist ein riesiges Gebiet unter einer Unterwasserwelt, die wir erkundet haben. Und in diesem Gebiet ist jetzt in einem neuen Update 2.5 etwas Neues rausgekommen. Und das würde ich sagen, schauen wir uns mal zusammen an. Bin zum Glück weit genug, Leute, in dem Spiel, dass ich das freigeschaltet habe. Und zwar ist das Ganze ein Saison-Event. Und zwar sollen wir mal mit Tsuyuko sprechen. Die befindet sich, glaube ich, in diesem Staat Enka-Neumir. En-Ko-Neumir. Ich spreche es immer falsch aus, Leute. Ach so, übrigens, falls ihr Genshin Impact feiert, lasst gerne auf diesem Video einfach einen Daumen noch um. Und das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr supporten. Oh, was passiert? Wir haben ja eine Cutscene, Leute. Oh, wir müssen da wieder reingehen. Ja, das bin ich. Das bin ich, ja. Ne, wir sind eigentlich nicht dabei, uns zu daten. Also, ich habe andere. Ja, es geht wieder nach Enka-No-Mia. Ach so, und das habe ich vergessen zu sagen. Wir werden noch ständig begleitet von unserem fliegenden, ähm, viele sagen Haustier Paimon. Die, äh, ist auf unserer Reise. Irgendwo haben wir sie am Anfang kennengelernt. Und seitdem ist sie bei Schritt und Tritt. Hier steht sie uns zur Hilfe. Oh, wir kriegen noch etwas von ihr. Ist das ein... Ich glaube, das ist von irgendeinem Wappen etwas. Ein Fragment. Okay, also, es sieht so aus. Jetzt würden wir jetzt zusammen mit einer Person in diese gefährliche Bucht wieder reingehen. Ich habe da keinen Bock drauf, da runter zu gehen. Ich habe Angst vor Wasser. Also zumindest ein Videospiel. Und auch im Real Life ein bisschen, ja. Ja, wir gehen jetzt in die Dunkelheit. In den dichten Nebel. Wir haben die Dunkelheit durchbrochen. Oh, das ist das Gebiet, Leute. Sieht sehr fresh aus. Also, wir haben auf jeden Fall dafür gesorgt, dass hier Helligkeit ist. Ne, Licht herrscht hier. So, was soll denn jetzt passieren? Okay, was muss ich jetzt machen? Ich muss diesen Kasten anlegen, um die Monster zu besiegen. Ähm, okay. Okay, okay. Wir müssen auf jeden Fall erkunden, um diesen Kasten zu verstärken. Dann legen wir den jetzt mal an. Und ich weiß nicht, was war jetzt passiert. Oh mein Gott. Leute, das Gebiet hier ist komplett benebelt einfach. Korrosionsstärke 60. Alter, was ist das hier? Okay, dann machen wir uns mal jetzt auf, Leute. So wie es aussieht, scheint halt der äußere Teil komplett benebelt zu sein. Und wir müssen uns auf jeden Fall dort vorkämpfen. Und wir sehen da hinten, Leute. Ich muss da erst mal hinlaufen. Ich gucke mal, ob wir da überhaupt hinbekommen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich probiere es mal aus. Was kann schon passieren? Ich meine, es ist doch nur ein bisschen Nebel, oder? Also, sollte doch wahrscheinlich easy sein, da vorbeizukommen, oder? Also, oder nicht? Wir gucken mal, Leute. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben ein ungründes Gefühl bei der Sache gerade. Wenn wir da jetzt weitergehen. Wird der Nebel gerade dichter? Korrosion des schwarzen Nebels hoch. Oh, oh, was heißt das? Nehme ich jetzt viel Schaden? Leute, ist alles hier... Oh mein Gott. Der Nebel wird dichter, Leute. Okay, ich glaube, wir sollten ja nicht in diesem... Oh, was bedeutet das? Wenn der Korrosionsschutz niedriger als die Korrosionsstärke des aktuellen Gebietes ist, leidet deine Korros... Oh, wir nehmen Schaden. Neh, ich glaube, Leute, wir müssen auf jeden Fall weitergehen. So, ihr Monster wollt euch wahrscheinlich mit uns anlegen, ne? Okay, ja, das habe ich schon gelesen. So. Also, oh nein! Ich sammle, glaube ich, irgendwie Schmutz von den Gegnern auf. Beseitige mithilfe des... Ach so! Ich muss L1 in den Kreis drücken. Ah! Jetzt haben wir, glaube ich, den Schmutz aufgesammelt. Es hat irgendwie funktioniert. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber es hat geklappt. Ja, danke. Okay, ich werde jetzt ein bisschen schlauer aus der Sache. Um weiter in diese Gebiete vorzudringen, müssen wir mehr Energie sammeln. Und wir müssen diesen Kasten benutzen, um diese Art Nebelschmutz aufzusammeln. So. Und wenn wir das machen, schalten wir dann diese Herausforderung frei, mit der wir dann fighten können. Oh, mein Royal Decree! Nein, meine Schmutz! Oh! Ring-Cutter! Oh, let's go, Alter! Jetzt nur noch du, du nervige Feuer... Feuerschleimball! Weg damit! So. Wuh! Let's go! Während wir auch durch die ganze Map laufen, Leute, kann ich euch auch sagen, was alles jetzt in dieser Version 2.5 neu hinzugekommen ist. Ich habe gerade die beiden neuen Charaktere angesprochen, also Yae Miko ist der neue Charakter und Raiden Shogun bekommt einen Rerun. Also sie wird jetzt wieder einen neuen Run bekommen, wo man sie wieder ziehen kann als Charakter. Hinzu gibt es zwei neue Legendenaufträge, die ich euch zeigen kann. Und zwar neue Story-Legendenaufträge zu Yae Miko und ein neuer Shogun-Boss, Leute, den ihr wahrscheinlich in dem zweiten Akt von Raiden Shogun abschließen könnt. Und hier seht ihr so ein bisschen, Leute, aus dem Trailer, wie das Ganze aussieht mit Raiden Shogun, mit der zweiten Variante. Und es sieht auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich und sehr schwer aus. Und es kommt bald auch ein Update, Leute, zur Kanne der Vergänglichkeit. Da gibt es ein spezielles Event, wo ihr eigentlich eigene Level erstellen könnt. Ihr könnt Challenges machen, wo man Münzen sammeln muss und vieles, vieles mehr, Leute. Jump'n'Run-Sektion, so ein bisschen Mario Maker-Style, muss man sagen. Und das als temporäres Event in Genshin Impact. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was für Challenges dort rauskommen. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir allerdings mal zu der lieben Zumi, die uns nämlich das Ganze hier erklärt hat. Okay, Dankeschön für die Karte. Wir müssen auf diese drei Inseln drauf. Okay. Also jetzt bin ich mal gespannt. Die Challenge beginnt. So, das sind die Belohnungen, die man in den Event freischalten kann. Und das sind echt eine Menge Belohnungen, muss ich sagen. So, hier müssen wir zu der Statue geben und da etwas opfern. So, und sind jetzt auf Stufe 1 abgegradet und kriegen schon mal die erste Belohnung. Das ist auch mal cool. Okay, also wir sollten uns jetzt mal weiter fortschreiten und mal schauen. Also im Großen und Ganzen habe ich hier eigentlich alles erkundet. Aber es wurden jetzt wieder neue Truhen gespawnt. Und wenn wir halt Truhen aufsammeln, bekommen wir die Siege. Ah, ich sehe da schon wieder neue Truhen. Das ist was Neues, ja. Oh, es wird hier wieder Neues erkundet, Leute. Und natürlich, das Beste, Leute, ist auch ganz klar die Musik in dem Spiel, ne. Super entspannt, super spannend auch manchmal. Einfach übelst passend immer zu der Situation. Jedes Gebiet hat eine eigene Musik. Oh mein Gott, okay, jetzt wird es hier schwerer. So, Korrosions, äh, ja, jetzt sind wir, Leute, im dichten Nebel. Ja, alles ist im dichten Nebel gehört bei uns. Und jetzt mal gucken. Also, ich versuche jetzt mal ein paar Truhen von denen hier zu sammeln. Okay. So, jetzt haben wir diese Roboter-Kreaturen. So. Ja. Aber ihr macht hier nicht, nicht so viel Stress, ne. Kein Stress. Oh, ich fräse ich zum Frühstück. Üh, okay. Zack, zack, zack. So. Die Truhe ist geöffnet. So, sammeln wir das? Ah, ja, wir sammeln Siegel auf. Boah, aber mittlerweile, ah, was ist das? Ich glaube, das brauchen wir, Lichtstrahl lenken. Okay, der Kasten kann benutzt werden, um die Vorrichtung zu aktivieren. Okay, ich glaube, ich habe es erstmal nicht zu 100% verstanden. Aber ich teste es mal aus. So, hier geht der Lichtstrahl. Ah, der geht einfach durch. Der geht einfach nur durch. Dann probieren wir es noch einmal. Wir drehen es. Ah, okay. Ich verstehe es, Leute. Wir müssen diesen Lichtstrahl nehmen und dahin lenken. Also machen wir jetzt folgendes. So, können wir das hier drehen? Ich muss das hier drehen können. Ah, nee, muss ich gar nicht. Ich muss das hier nur noch einfrieren. Ja, jetzt brauche ich einen Pyro-Charakter. Einen Eis-Charakter. So, und der friert das jetzt hier ein. So. Und wenn es jetzt, Leute, jetzt 200 IQ. Es sollte jetzt wahrscheinlich funktionieren. Das geht hier. Das reflektiert da. Und let's go, Leute. Natürlich, der 200er IQ-ID-Zock ist mal wieder hier. Leute, ich feiere solche Rätsel. Die sind überall in dem ganzen Spiel versteckt. Boah, ey, das gibt so viel zu erkunden, Leute. Alleine das hier, ne? Ich will es euch nur mal sagen. Das ist Teil eines Updates. Das ist Teil eines Updates. Ich habe ein bisschen gegoogelt, wie lange das dauert, bis man all das hier clearen kann. Und allein das hier sollen circa 10 Spielstunden sein. Alleine dieser Content, der for free ist. Leute, und da kriegt ihr Belohnung. Da könnt ihr neue Charaktere pullen. Das wird eine echt coole Sache sein. So, ich glaube, wir machen das so. So. Schalte ich jetzt was frei? Oh, die beiden... Hä? Die sind nicht freigeschaltet. Muss ich irgendwie freilenken? Wir gucken mal. Ah, okay. Ja, das ist eine Zeitherausforderung. Also, komm, sammel auf. Oh, let's go. Ja, weiter. Das ist richtig. Nein, das ist falsch. So, und wieder eine Belohnung. Leute, man wird ja die ganze Zeit belohnt in diesem Updates. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt ist das hier aufgegangen. Und jetzt haben wir noch eine Challenge. Hier war doch irgendwo was anderes. Ah, da ist noch eine zweite Challenge. So, und jetzt... Oh, was muss ich? In 45 Sekunden die Pulverfässer zerstören. So. Okay. Und wo ist die letzte? Hier. So. Chill ich. So, und damit ist das hier frei. Und ich glaube, wir kassieren... Let's go die nächste Truhe. So muss das doch sein, Leute. Ah, okay. Jetzt muss ich hier die Kanne verwenden. Ah, ich habe verstanden. Leute, ich verstehe langsam, wie das hier alles läuft. Oh, mein Gott. Okay, Vorsicht. Vorsicht, gefährlich. Gefahr, Gefahr. Ich muss hier reinigen. Ja. Ich hole den Schreckback 3000 gleich raus. So, und zack, Junge. Ihr kassiert jetzt hier richtig verdampfen, elektrifizieren und alles. Eine komplette Abreibung. So. Ah, nee, das ist noch mehr. Oh, mein Gott. Wie viele von denen? Äh, okay. Pyro. So, die muss ich mit Wasser und Strom erst mal. So, sein Schild ist gebrochen. Oh, der hat kein Schild mehr. Okay, let's go. Wo bist du? Da bist du. So, und zack. Okay. Herausforderung abgeschlossen. Sehr gut. Und das ist sogar eine wertvolle Truhe. Ja, merke ich schon. Und diese ganzen Belohnungen, die ihr aufsammelt, vor allem auch die Bücher, könnt ihr ja nutzen, um Charaktere aufzuleveln. Ein aktuelles Maximum von Charakteren ist Level 90. Aber ich bin gerade dabei, auch einen Charakter hier auch aufzubauen. Und zwar den, äh, Anemo, also so luftbändiger Charakter Zhao. Der soll auch super viel Damage dealen. Aber jetzt upgraden wir den erstmal auf Stufe 80. Und dann müssen wir ein paar Sachen aufsammeln, um den auf Stufe, ja, auf, äh, 6 Sterne zu bringen. Und dann können wir erst uns die nächsten Level freikaufen. Und ich glaube, ihr kriegt jetzt so langsam den Eindruck, falls ihr das, äh, Genshin Impact noch nicht kanntet, wie das Spiel so ungefähr im Großen und Ganzen funktioniert. Also ich sag's euch ganz, ganz ehrlich, Leute. Ähm, wenn ihr nicht wisst, wie viel Content dieses Spiel hat, lohnt sich das überhaupt, dieses Spiel jetzt anzufangen? Leute, es lohnt sich erst jetzt ganz, ganz, ganz besonders, dieses Spiel anzufangen. Alleine aufgrund der Tatsache, dass es kommt immer mehr Content. Und das Spiel ist Free-to-Play. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr faires Free-to-Play-Spiel. Und ihr wisst auch, dass ich dieses Spiel jetzt schon öfter auf meinem Kanal gebracht habe. Und das würde ich nicht machen, wenn dieses Spiel schlecht wäre und wenn ich mich nicht mit der Thematik auskennen würde. Um ganz ehrlich zu sein, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe dieses Spiel wahrscheinlich jetzt schon über 300, 400 oder wenn nicht sogar 500 Spielstunden. Also ihr könnt es alleine hier an dem Abenteuerrang 54 sehen, dass ich eigentlich schon fast im Bereich Endgame bin. Und das Spiel macht einfach immer noch Spaß. Ich weiß nicht, wie ihr das Spiel geschafft habt, dass es so lange Spaß macht. Aber das ist halt eine dieser besonderen Sachen an Genshin Impact. Wenn man anfängt, dann kann man einfach nicht aufhören. Oh, das könnte der Weg nach oben sein. Nein, aber ich weiß nicht, ob die Ausdauer ausreicht. Und knapp mit der Ausdauer. Das wird sehr knapp. Aber wir haben es geschafft. Okay. Uh. Das ist irgend so ein Geist. Uh, ich bin ein Geist. Bruder. Du hast trotzdem keine Chance gegen mich. Was willst du hier machen? Ich mache dich in 10 Sekunden, bist du down. Ich sage dir in 10 Sekunden, bist du down. Na, komm. Hier. So. 10. 9. 8. 7. 6. Oh, ja. In ein paar Sekunden. Aber ich habe, glaube ich, in 10 Sekunden down gekriegt. So, wir brauchen, glaube ich, nur noch 5 weitere von diesen... Oh, was ist das? Das ist irgendwie so eine Tokio... Tokoyo-Schote. Oh, und was ist das hier? Energie auffüllen. Ah. Damit haben wir diese Kiste da rechts aufgefüllt. Okay. Hier ist noch eine dieser Challenges. Ich glaube, wenn wir die schaffen... Oh, mein... Oh. Okay. Es sind einfach zwei von so Titanen. Einmal Attack on Titan hier. Aber ich kriege das hin. Ich kriege das hin, Leute. Keine Sorge. Ich kriege das hin. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Ich mache das schon. Wir klären das schon. Na, los. So. Ach so. Ich muss diesen Nebel... Ah, ja. Deswegen habe ich euch nicht down gekriegt. Ja, dann das selbst erklären. So. Ich habe euch down gekriegt. Let's go. Ja. Alles easy. Alles ganz, ganz entspannt, Leute. Ah, hier ist noch ein Teleportationspunkt. Den schalten wir mal frei. Und dann können wir auf jeden Fall wieder zurück. Aha. Kann ich den nicht... Kann ich den... Oh. Ich brauche von diesen Sachen was. Wie kriege ich die denn? Sind da nicht diese Kristalle? Sorry, Leute. Ich sammle mal auf. Ja, das sind die Kristalle. Yes. Los, komm. Wir müssen da hin. Na los, Hutau. Spring. Ja, weiter. Komm. Let's go. Freischalten. Ja. Let's go. Okay. So. Und von unserer Reise aus haben wir jetzt auf jeden Fall viel mitgenommen. Und das können wir jetzt auf jeden Fall hier spenden, um ins nächste Level zu upgraden. Nein, was ist... Ah, ich habe den falschen Knopf gedrückt. So, und jetzt, Leute, Level 2 und die nächsten Belohnungen einkassieren. Und so, wie viele Level gibt es denn? 15 verschiedene Level. Okay. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, aber wir machen jetzt noch etwas anderes. Und zwar so ein bisschen Endgame-Content, was, Leute, in Gage and Impact drin ist. Und zwar gibt es den sogenannten Spiral Abyss. Das ist quasi etwas, wo die Elite der Eliten hingehen können. Oder man kann dann auch schon am Anfang rein. Aber es gibt dort den fortgeschrittenen Bereich, den ich freigeschaltet habe. Und da kämpft ihr gegen die schwierigsten Monster, die es überhaupt gibt, Leute. Da kämpft ihr gegen ultra starke Gegner. Und ihr müsst so schnell wie möglich diese Gegner erledigen. Und jetzt... Oh, ist was Neues rausgekommen. Wir gehen dann einfach mal rein, Leute. Und schauen uns mal an, ob wir das hinkriegen. Schaffen wir diese drei Räume, das werdet ihr jetzt erfahren. So, mit dem Team starte ich. Ich habe natürlich nicht das Beste. Zweite-Hilfte-Team. Aber wir geben unser Bestes und gucken mal, ob wir es gut schaffen. Also, Leute, jetzt suchen wir unseren Bonus aus. Okay, mehr Angriff auf dieser Ebene. Let's go, Leute. Und damit beginnt das Ganze. So, komm. Wir rasieren, Leute. Jetzt rasieren wir. So, bam, Junge. Come on. 15 Gegner, Leute. 15 Gegner auf dieser Hälfte. Hier verliere ich Zeit. Sechs Gegner schon erledigt. Oh, ich bin eingefroren. Alter, hör auf, mich die ganze Zeit einzufrieren. Was ist... Nein. Nein, Junge. Die ganze Zeit friert er mich ein. Hör auf. So. Neun. Let's go. Okay. Wo? Noch drei, noch drei, noch drei. Okay, jetzt kommen die großen Geschütze. Jetzt fahren sie die großen Geschütze auf. Und jetzt... Na los. Jetzt machen wir Damage. Jetzt machen wir Damage. Jetzt noch einer übrig. Und... Boom. So. Jetzt gehen wir auf die zweite Hälfte. Da ist mein Team nicht so stark. Aber ich habe immerhin einen sehr, sehr guten DPS. Und zwar Zhao. Den probieren wir jetzt mal aus, wie stark der sein kann. Also, Leute. Erst mal ein bisschen elementar. So. Noch ein bisschen Hydro. Probieren wir mal. Und jetzt, Leute. Jetzt geht's los. So. Ich spiele das erste Mal jetzt so richtig DPS mit dem. Ich glaube, ich mache das richtig. Der macht schon Damage. Der macht schon Flächenschaden. Okay. Zwei Gegner hat der gedownt. Let's go. Okay. Ah. Okay. Ich glaube, wir heilen den jetzt. Jetzt haben wir mal unseren anderen Charakter. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, was geht denn hier ab, Bruder? Ich verstehe gar nichts. Leute, es ist, wenn man halt 400 Stunden spielt, dann... Da geht das so ab. Bruder, ich darf keine Zeit verlieren. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss das hier alles komplett schnell durchziehen. Aber der hält mich auf, ne? Der mit seinen... Mann. Ne. Da merkt man, ich habe nicht die beste Konstellation gewählt. Ich habe nicht die beste Konstellation. Nein, der ist down. Ich kann ihn noch nicht heilen. Och, nö. Nein. Ey. Oh, mein Gott. Mein bester Charakter aus dieser Truppe ist down. Wie viel Damage haben die mir gegeben? Ich habe darauf gar nicht geachtet. Ja, ich kann also eigentlich auch vergessen, Leute. Ich kann mit so einem... Mit dem Team kann ich das auch vergessen. Ne, das wird nichts, Leute. Ich habe nicht das beste Team. Ich habe auch nicht die passenden Elemente. Ich gebe mir noch mehr, das vielleicht irgendwie noch zu packen. Aber es sieht nicht gut aus, Leute. Sieht nicht gut aus. Ah, nein, da geht der. Da geht der. Oh, der ist lebt. Der lebt. Oh, nein. Ja, okay. Ey, mit dem kann ich nichts machen. Ich habe die nicht gelevelt. Leute. Ich glaube, das wird nichts. Leider haben wir Pech bei diesen Dings. Wir haben leider Pech. Ah, was willst du machen? Was willst du machen? War ein Fehler, aber auch nicht die beste Truppe. Okay, Leute. Damit würde ich aber sagen, ich überlasse das Ganze euch. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Checkt das Genshin Impact gerne mal in der Beschreibung aus und gebt natürlich, wie gesagt, den Code ein für 60 Primal Gems und natürlich XP Boost. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, falls ihr das Spiel gerne abchecken wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video morgen wieder. ID-Zockes Haus, noch rein, Freunde. Und ciao.